Herzlich willkommen zum Neumondhoroskop im November. Am 13. November treffen sich Sonne und Mond im Zeichen Skorpion. Und ich habe schon in den letzten Videos über diese enorm plutonische Energie gesprochen, die wir zurzeit haben. Das heißt, das ist die Energie von Skorpion, das ist die Energie von Transformation, von Wandlung, von Häutung, von Stirb und Werde, von fixen Vorstellungen, von Macht und Unmacht. Also all diese Analogien kann man mit dem Skorpion in Verbindung setzen. Und jetzt treffen sich natürlich Sonne und Mond im Zeichen Skorpion. Und was das für dich bedeutet und auch für uns alle bedeutet, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben, um es gleich einmal vorwegzunehmen, eine riesige Anballung an Energie. Ich sage jetzt mal ganz bewusst neutral eine Ballung an Energie. Denn wie du das siehst, haben wir Sonne, Mond und Mars in Konjunktion stehen bei diesem Neumond. Das heißt, Sonne, Mond und Mars sind zusammen. Und der Mars ist ja der Krieger, ist der kriegerische Planet, ist die reine Energie, ist diese Urenergie. Das kann man jetzt natürlich für Durchsetzungskraft verwenden, das kann man für Pionierarbeit verwenden, das kann man für neue Projekte verwenden, also Initialzündungen. Das kann man allerdings auch verwenden, um wirklich etwas in die Tat umzusetzen, was man vielleicht schon lange im Kopf hat. Also es wäre jetzt mal auf der individuellen Ebene eine gute Zeit, deine privaten Projekte, deine individuellen, nicht privat unbedingt, aber deine individuellen Projekte auf den Weg zu bringen. Also was hast du da oben gespeichert, was stellst du dir vielleicht schon immer wieder vor oder was möchtest du schon lange umsetzen? Dann ist das jetzt ein Aufruf. Setz das um, was du jetzt da im Geiste hast. Bring es auf die Welt und krieg es einfach einmal aus deinem System raus. Also das wäre auf jeden Fall so ein guter Initialstart in dieser Mitte-November-Energie. Das ist auch ein guter Initialstart bitte, vor allem wenn du auch ein Skorpion bist, ein Skorpion-Geborener oder eine Skorpion-Geborene und so zwischen, ich sage jetzt einfach mal, 7.8. November bis so zum letzten Drittel November so Geburtstag hast, dann ist das natürlich auch eine wahnsinnig starke Energie, die du spüren wirst. Also wir haben einmal Kraft. Kraft, um gewisse Vorstellungen auch umsetzen zu können. Das ist einmal reine Energie. Das ist jetzt mal so das Neutral Betrachtete. Aber natürlich bleibt es in diesem brisanten November nicht nur bei der reinen Energie, sondern das wird nochmal aufgeladen. Und zwar wird das aufgeladen durch die Opposition Uranus im Stier. Und dieser Uranus macht eine Opposition zur Sonne, zum Mond und zum Mars hin. Und Mars Uranus ist als Symbol so entweder der Freiheitskampf, die Revolution auch nochmal, die ausbricht, die ausbrechende Revolution. Und natürlich auch die Explosion, etwas Plötzliches, etwas, da wird plötzlich viel Energie frei, eine unerwartete Energie. Also das sind so diese Mars Uranus Tendenzen und das alles haben wir auf der Sonne und auf dem Mond. Das heißt einfach auch nochmal, wenn du unruhig wirst, wenn du nervös wirst, wenn du das Gefühl hast, kurzatmig zu werden, womöglich fast so Panik auch teilweise spürst, dann kann das bitte an dieser Konstellation liegen. Und dann kann das auch sein, dass du das spürst, dass du nervlich belasteter bist, dass du einen dünneren Geduldsfaden hast. Und da bitte einfach auch nochmal aufpassen. Also Uranus vergrößert eigentlich noch einmal dieses energetische Potenzial bis hin zu einer Revolution. Uranus möchte ja, der Revolutionär möchte ja den Umbruch, der möchte ja die Revolution, ist ja auch so der Herrscher des Zeichens Wassermann und der steht ja gerade im Stier und im Stier oder der Stier fühlt sich ja nicht sehr wohl mit Uranus. Das ist die fixe Materie, das ist der Schrebergarten, das ist dein Sparbuch, das ist alles, was fix ist, was unveränderlich ist. Und da wirbelt ja Uranus jetzt einiges durch und das schießt jetzt eben noch einmal so auf diese plutonische Sonne, Mond und Mars hin. Und das lädt natürlich auch noch einmal den Uranus im Stier auf. Also es ist eine Wechselwirkung. Und da können wir durchaus erwarten, dass sich noch einmal einiges zeigt. Das kann Kriegsgeschehen sein, das können überraschende Wendungen im Kriegsgeschehen sein. Also das kann auch etwas sein, wo man sagt, okay, vielleicht ändert sich einmal was zum Guten oder es schaut einmal was besser aus. Also ohne jetzt immer auf diese Alarmiertheit hinzudrücken. Also wir haben auf jeden Fall eine enorme Energie. Und diese enorme Energie ist halt mal in diesem Stier auch. Und wenn wir es uns anschauen jetzt in unserem westlichen, mitteleuropäischen Raum, dann ist das momentan auch so unser Seelenhaus. Und dieses Seelenhaus wird halt gerade erschüttert. Also wie gesagt, da bleibt kein Stein auf den anderen. Da können neue Gefühle reinkommen, ganz, ganz neue, ganz, ganz neue emotionale Horizonte können sich da auftun, die du vielleicht so noch nicht an dir gekannt hast, was plötzlich dann kommt. Also lass dich da bitte nicht überraschen, bleib da bitte in deiner Mitte. Das kann bei dir individuell sehr, sehr emotional alles wirken. Aber bleib bitte da ganz stabil in deiner Mitte. Und wenn wir schon bei den Emotionen sind, natürlich wird es noch schärfer. Also es bleibt nicht nur dabei, dass wir den Mars haben in der Konjunktion zu Sonne und Mond, sondern wir haben auch die Venus in einem Halbquadrat. Und die Venus stehen in der Waage. Und die Waage-Venus will jetzt was? Die Waage-Venus ist natürlich immer so ein Ich-und-Du-Zeichen, so ein Beziehungszeichen und ist natürlich auch so ein bisschen, ja, ein bisschen so die Romantik. Und das bedeutet mit dem Halbquadrat Frustration. Partnerschaftliche Frustration könnte das bedeuten. Das könnte auch bedeuten, dass man sagt, man hat eine Wandlung im Partnerschaftlichen. Man muss einen neuen Zugang zum Partnerschaftlichen finden. Also das ist auf jeden Fall ein Thema für alle, die in einer Beziehung drinnen sind. Aber das ist nicht eben das Einzige, was die Venus da bewegt. Die Venus hat dann auch noch ein anderthalb Quadrat zu diesem Uranus im Stier drauf. Das heißt, das könnte auch plötzlich etwas Überraschendes, etwas Plötzliches sein. Also wie eine neue Begegnung, ja, die da reinbricht, auch in vielleicht bestehende Beziehungen. Da solltest du einfach ein bisschen achtsam sein und auch ein bisschen aufpassen, dass du nicht nur von einem, ja, Liebestraum überrannt wirst, sondern da auch immer ein bisschen nüchterner, realistischer bleiben. Weil das ist natürlich schon auch so eine Energie, wo man sagt, okay, da ist alles auf Anfang, alles auf neu und ganz viel Anspannung auch drinnen. Also da bitte einfach mal aufpassen. Was wir auch dabei haben, ist ein Halbquadrat zwischen Venus und Mars. Und das sind ja so männliche, weibliche Energie. Das heißt, das ist wirklich so ein Spannungspol noch einmal zwischen den partnerschaftlichen Polen. Und da muss man wieder sagen, der Mars im Skorpion, der will ja auch, also Skorpion will ja etwas Fixes. Der Skorpion will ja eine fixe Bindung haben. Und die Venus ist da vielleicht noch etwas, ja, etwas luftiger mit der Waage, will sich auch beziehen, will aber vielleicht nur flirten. Also das könnten auch unterschiedliche Vorstellungen sein in partnerschaftlichen Plänen, dass zum Beispiel jemand mehr möchte als der andere. Also da kann es durchaus auch zu gewissen Spannungen kommen. Also da bitte schauen, das Thema Partnerschaft sieht man ganz, ganz groß so Mitte November bis Mitte Dezember auch nochmal drinnen. Der Uranus, wie gesagt, wir haben Uranus auf Sonne, Mond und Mars und im anderthalb Quadrat hin zur Venus. Und das könnte auch noch einmal bedeuten, ja, wie gesagt, dass es da wirtschaftlich auch nochmal Themen gibt. Dass man sagt, okay, der Luxus, so wie ich es gewohnt war, das geht sich nicht ganz aus. Also da habe ich ein gewisses Frustrationspotenzial dazu. Da kann ich nicht so mitmachen, wie ich das vielleicht möchte. Also auch das wäre da möglich in dieser Konstellation, in dieser Zeit. Warum ich allerdings denke, dass es doch besser ausgeht, als es jetzt auf den ersten Blick scheinen mag. Und das liegt am ewigen Friedensstifter und entspannten planetarischen, ich nenne es jetzt einfach mal Dauerkiffer Neptun, der ja noch im Fischezeichen steht. Und der macht ein wunderschönes Trigon zur Sonne, zum Mond hin und zum Mars hin. Und Neptun entschärft ein bisschen diese Sprengkraft. Das heißt, Neptun ist auch das, dass man das Gefühl hat, ich kann mal wieder tief durchatmen. Ich kann ein bisschen Abstand nehmen von meinen überreizten Nervensystemen. Ich kann ein bisschen zu mir finden. Und das wäre natürlich gut, spazieren am Wasser zum Beispiel. Einfach mal vielleicht auch schwimmen gehen, um es ganz vulgär astrologisch mal auszudeuten. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Einfach mal auch ein positives Bild sich erträumen. Und nicht nur immer das Negativste erwarten, das Schlimmste erwartende Weltuntergang erwarten, auf gut Deutsch. In jeder Hinsicht bitte. Ja, denn diese Bewegungen, diese Bewegungen, Uranus im Stier, also Uranus auch so im Seelischen drinnen. Und wir haben in unserem Körperhaus, in der Materie gerade so auch den Saturn drinnen und eben den Neptun. Das ist auf der einen Seite so diese Heilung, die da stattfinden kann. Und mit dem Saturn natürlich auch so eine gewisse Verspannung, so eine gewisse Anspannung, so eine gewisse Schwerfälligkeit, die da reinkommen kann. Ist natürlich auch so ein Thema für so, ja, einfach für Gelenke und so ein bisschen aufpassen. Einfach mal schauen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, es ist eine sehr heilsame Energie, die da jetzt vom Neptun auch ausgeht. Und wir schauen uns das dann einfach mal an. Und dieser Neptun, dieses Sextil hin auch zu Pluto, das er da hat, würde ich eben auch noch einmal so deuten, dass diese ganze wahnsinnig angespannte Willenskraft, Willensenergie ins Positive gewandelt werden kann. Das heißt, du kannst da wirklich neue Ziele setzen, du kannst ja auch partnerschaftlich neue Ziele setzen, du kannst alte Beziehungen transformieren oder wirklich verändern, abstreifen wie eine alte Haut, wenn etwas seine Zeit hat. Und du kannst auf jeden Fall in dieser Zeit aus deiner Nervosität auch austreten, aus diesem ganzen Stress austreten. Also das wäre eigentlich so dieses Neumondhoroskop. Und wir haben eben eine sehr, sehr geballte, eine sehr energiereiche Zeit. Auch aufpassen, natürlich immer im Straßenverkehr. Und was wir auch noch drauf haben, ist ein schönes Quadrat Saturn und Merkur. Und bei Merkur geht es ja um das Denken, da geht es auch um die Funktionen. Und das kann eben noch einmal die Gelenke, habe ich erwähnt, das kann aber auch bedeuten oder das kann dich auch ermahnen, klar zu denken. Mach kein Kuddelmuddel in deinem Hirn. Hab nicht hunderttausend Sachen auf einmal am Tableau. Mach eins nach dem anderen, klar. Und dann kannst du das auch gut umsetzen. Also es sind riesen, riesen Chancen da mit nüchterner Klarheit, Dinge umsetzen können und diese Energie nützen. Nicht Hals über Kopf in irgendwelche Abenteuer sich verzetteln. Und du wirst merken, das läuft dann recht gut und recht harmonisch. Also ich möchte wirklich auch noch einmal nach diesen ganzen Stressmeldungen noch einmal mitgeben. Es ist Energie da, natürlich ist Energie da. Es ist mehr Energie da als sonst. Ja, aber nutze sie positiv und die Zeichen stehen gut, dass du das auch nutzen kannst. Und wenn dich das interessiert, wie es bei dir 2024 zum Beispiel ausschaut oder wie es bei dir individuell im Horoskop ausschaut, dann können wir gerne da mal reinschauen. Ich habe jetzt dann wieder diese Aktionen, also die astrologische Prognose 2024 für dich oder auch deine Lebensthemen. Astrologisch aufbereitet um je 25 Euro. Das geht ganz einfach. Du findest in der Beschreibung dieses Videos meine E-Mail-Adresse. Einfach einmal reinschreiben, was du da haben möchtest, dann Prognosen. Und ich schicke dir das gerne per PDF zu. Wie gesagt, um 25 Euro in Aktionspreis. Jetzt wieder zum Jahresende hin. Kann man sich ja schon mal vorschauen für einen individuell, was sich da tut. Und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Ich möchte mich auch noch einmal bedanken für alle, die mir super Likes dalassen, für alle, die mich unterstützen, für alle, die Kommentare auf diesem Kanal schreiben und die den Kanal immer weiter wachsen lassen. Wir haben jetzt bald die 3000 Abonnenten und das ist für so einen Klitschen-Kanal, wie es ich habe, also so sehr speziell mit den Inhalten her, wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk. Und es freut mich natürlich. Und dein Daumen hoch, dein Kanal-Abo, dein Teilen des Videos, deine Superlikes, was auch immer, deine Kommentare helfen einfach, dass dieser Kanal weiter wächst und dass ich das weitermachen kann. Ich wünsche dir alles, alles Gute für den November, einen tollen, tollen November, einen kraftvollen November und wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder. Aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal, dein Oliver Ehrig. Tschüss.